Können wir denn noch höher ist jetzt mal die Frage Und wo soll ich hin? Dahinten gibt's noch Eine Truhe? Da gibt's noch eine Truhe und da gibt's noch eine Truhe Zu viele Wege Mokurus Oh nein Mokurus, it's your turn Würdest du bitte Würdest du bitte Okay, Mokurus möchte heute nicht Das machen, was ich sage Wir können's ja mit dem Kleinen hier schon mal umgucken Oder alternativ irgendwo anders hinfliegen Ähm Was ist das denn da oben eigentlich? Können wir mal gucken Das ist ein Windrad, das sehe ich auch, aber warum steht das hier? Und das ist irgendeinen besonderen Zweck Ich würde da persönlich gerne mit Mokurus Ähm Genau, hier rein Ja, Mokurus, genau Da würde ich gerne mit Mokurus rein Ähm, was zur Hölle? Tschüss Tschüss Ich bin Mokurus Ähm, Moment Aua, ah, nein Hallo, Freunde Aua, ah Ich nehm den Kleiner mit Ich nehm den Kleiner mit Und verschwinde dann Eigentlich War das überhaupt hier? Höh Hilfe Mokurus Wo ist denn? Äh, da ist Mokurus Hab dich gesehen Aua, ah Ok, 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 entspannt euch Ich brauche Energie Ein Herz ist auch immer gern gesehen Ok, Mokurs Wir sind jetzt Da Hinter dir ist noch eine Truhe, das ist mir klar Aber die will ich nicht Du gehst jetzt erstmal nach ganz, ganz oben Du gehst jetzt erstmal Kling, 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 kling Weee Genau, super machst du das Höher, 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 immer höher Oh, ähm, 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 ähm Und dann lässt du dich einfach Fallen, super gemacht Mokurs Super gemacht Jetzt fehlt nur noch Der kleine Link Bitte ein bisschen länger anbleiben Bitte, 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 bitte Danke schön Aua Ich stelle mich gleich hier hin Da dürfte mir eigentlich nichts passieren Wind Dankeschön Ach nein, Link Das ist dein Ernst jetzt? So, schon besser Und Hallo Mokurs Mokurs Oh, ich bin zu niedrig Wind Wind Dankeschön Ähm Immerhin, hier runtergefallen Und hier ist noch ein Doppelschalter Problem, ich habe keine Energie mehr Was machen wir jetzt? Ich muss noch um eins nach oben Da komme ich nicht ran Was ziemlich schade ist Es ist knapp, aber Es reicht nicht, verdammt Komm schon Ich geh ja schon runter Aua Arme kleiner Link Das ist nur ein blödes Herz Energie, dankeschön Alternativ Die rein und raus Technik Die altkante Zelda rein und raus Technik Mokurs Why are you here? Okay, gut Also noch einmal Mokurs Du fliegst jetzt nach ganz oben Du musst dich nur bewegen Du musst dich nur bewegen Okay, er muss drinnen stehen Sonst kommt er da nämlich nicht rein Wow, wow, oder wird einmal komplett auf die andere Seite gerödelt Ich schläge schon mal ein bisschen vor Wenn da der Wind kommt Werden wir angetrieben Oder wir schaffen es nicht nach oben Das kann auch passieren Ähm, ich weiß nur nicht gerade wo ich hin muss Oh, nach da drüben Äh, äh Ah, mein kleiner Mokurs Hm, da Das war süß Okay, alles wird gut Wir schaffen das Irgendwie bestimmt Er kommt da nicht rein Das ist gerade so ein bisschen das Problem Oh, hallo Jetzt weiß ich wofür die da sind Na Und jetzt nach oben, so Es ist ein kleines Spielchen hier gerade Es ist äh, ganz toll Es läuft nicht Wie es laufen soll Auf gar keinen Fall Du Wartest jetzt bitte hier unten Bitte, bitte, bitte tu mir den Gefallen Ach Link So, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, da sind wir Und runter Und runter Aua Egal Link, du bist ein Mann Keine Memme So, mitkommen Weiter geht's Ähm, hallo Kann ich euch alternativ auch damit bekämpfen? Wie geht das? Wie geht das? Nein? Schade Wäre zu schön gewesen Oh, hallo, da steht einer hinter mir Hehe Tschüss Tschüss Lass mich in Ruhe Äh, ich muss den mal treffen Dankeschön mmmm Hä Hä Ach komm schon Hier, eure Pinken Poos Und auch deine Jetzt müssen die noch explodieren, dann haben wir es geschafft Mokkus Tür auf und auch da öffnet sich eine weitere Tür Jo, schau ja, genau du hast einen kleinen Schlüssel gefunden damit kannst du eine verschlossene Tür in diesem Blabyrint öffnen wo habe ich denn noch eine verschlossene Tür ähm Karte wir haben hier gegenüber vom großen Raum haben wir noch was wie es aussieht da genau gegenüber aber da kommen wir aktuell nicht rein dann gucken wir mal hier da haben wir noch diesen komischen Umweg und da hinten eine Truhe beziehungsweise im Untergeschoss soll auch noch was sein aber wo Aua mit Komokorus kommst du da hoch ich hab dich ich hab dich so jetzt aber das ist der Raum das da ist der Raum da unten hier ist hier ist doch nichts da ist doch auch nichts da ist doch auch nichts da ist doch kein Raum hier war nur noch das wo ich immer noch nicht weiß wo ich immer noch nicht weiß wie wir da hinkommen da ist ich bin ein wenig ratlos weil nach Karte sollen wir hier raus und rechts ist ein weiterer Weg aber hier ist aber hier ist nichts oder wie weit zählen die dieses Geschoss nein Link so da oben soll noch ein Weg sein irgendwo das war uncool hier ist doch nichts mehr Hilfe wir haben hier nur diesen alternativen Weg und da wär noch ne Truhe am Ende des Ganges das ist die Truhe die man mit Mokorus zusammenholen kann wahrscheinlich ich hab das nicht mehr so ganz ach nö geh weg man geh weg hab ich gesagt ich hab das nicht mehr so ganz auf dem Schirm wenn ich ehrlich bin der Tempel ist nicht groß aber irgendwie macht mir das mehr Probleme als meine andere warum auch immer Aua nimm den mann nimm den und du da nimm den und stirbst auch ja da drüben ist das wo man das Lied spielen kann ok wir brauchen Mokorus also einmal runter Hallo Mokorus Hallo Mokorus Hallo Mokorus ich würde gerne mich drehen und dann geht's da nach oben für Mokorus Hallo Mokorus ich würde gerne mich drehen und dann geht's da nach oben Mokorus Nein Mokorus oh ok das war super ähm Mokorus wo stehst du wenn ich mal fragen darf da kommen wir von da auf zurück um die Truhe da hinten zu holen mal probieren können wir es nicht mal probieren können wir es nicht von daher äh Link du bist dran wo steht denn der ich weiß nicht wo Mokorus die gerade steht wir finden das schon so schon äh mal gar nicht Link Hallo oh ähm ich ähm warte nochmal ich nehme nochmal ein bisschen Energie mit ich muss äh oh Mokorus ist genau über mir hä hä komm schon ok Hallo wieder vereint mein Freund wieder vereint jetzt hatten wir äh der Raum tschüss ihr könnt mich alle mal ihr könnt mich alle mal ich bin weg hier der Raum hat mir einmal gereicht den brauche ich kein zweites mal du 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 einmal reicht wirklich so dann einmal Mokorus ablegen wieder wechseln zum Mokorus damit er da hochkommt und dann sollten wir es eigentlich schon geschafft haben oder wie so und dann fehlt noch unser kleiner Link und dann sind wir schon da und können auch die Truhe holen auch wenn ich nicht glaube dass da irgendwas wichtiges ist wir gucken ja erst noch die Typen hallo aua stirbt man du da hinten ne du stirbst auch dankeschön so Moki komm mit Moki oh er braucht nur seine Zeit gut gut was hältst du davon Mokorus erinnert mich immer so ein bisschen Mokoba aus Kaiba äh aus Kaiba aus Yu-Gi-Oh wer es kennt Musik Majestro es öffnet sich ein weiterer Weg für uns ah ui da werde ich wieder meinen Spaß haben hehehe hallo hallo na leute zack Kopf weg hoho guck dir den mal an der eine wäre sieht richtig cool aus oa ah ok oa ah Hilfe hehehe na du tschüss hohohoho schön sich gegenseitig schlagen oa oa er hat schon mal seine Rüstung verloren das ist sehr gut hohoho na los hat du dir recht gegenseitig machen haua oa oa dreertöcke wow ah ok 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 Kumpel ich verstehe du hast es so auf äh drauf angelegt oh oh bei den 3 Aua u und bei den U Aua 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 Na komm schon komm schon komm schon zu kommen zack da geht er auch dann oh ich will sein Dankeschön jetzt bist du dran Mann yeah was könnte dann doch der Master schlüsse sein ja genau so ist es also der Raum war doch sehr wichtig ui 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 wir haben ja schon viel verloren jetzt dadurch ich freue mich ganz doll sogar cool wie die ihre Schwerter fallen lassen das finde ich echt cool ich könnte jetzt die mitnehmen und mit denen kämpfen aber wir nehmen lieber den nächsten Masterschlüssel der große Schlüssel ermöglicht es uns das versteckt ist nächsten Bosses aufzusuchen jetzt müssen wir nur noch den nächsten Boss aufsuchen und irgendwie wieder rauskommt Mokuru und Mokuba komm mit Mokuba komm mit Mokuba ach ja wir können uns einfach machen Moment ähm das war nicht richtig das soll er müssen wir den ganzen Weg hier nicht wieder lang latschen sondern können wir einfach komplett hier ganz locker easy rüber gehen Hilfe ich möchte Mokorus nochmal absetzen und gucken ob wir hier vielleicht ein Pfeil ja gut Energie bekommen aber ah gut wenigstens was besser als gar nichts so wieder zurück im Hauptraum hehe ich hab die Typen vergessen nach unten und dann nach rechts aber wo ich falle mich immer noch wo aua und dann nach rechts Mokorus nein na gut ich warte komm schon lass mich gehen lass mich den kleinen holen das ist mein Sohn ok also wir stehen jetzt hier von der Tür da ist nichts gar nichts und hier soll alternativ ein Weg sein da kann sie klingen alle gleich also da ist also da ist eigentlich von der Theorie her kein versteckter Weg von der Theorie her von der Praxis auch nicht wo ach man wo soll es hier jetzt weiter gehen dahinter kommt noch eine Truhe und dann geht es da zum Boss ich kann mich hier gerne nochmal umsehen aber ich meine doch nicht das da oben oder ne das ist das das ist ja das Erdgeschoss das meine damit auch nicht ich habe ehrlich gesagt gerade keine Idee wo es denn jetzt zum Boss geht Mokoros Mokoros stehe ich da überhaupt richtig ja hier da von der Theorie her da aber das geht alles gleich und da wird auch nichts hinter sein ach man jetzt ab Link Link ablegen ich kann auch hier klicken aber da wird überall nichts zum Vorschein kommen außer Energie obwohl sich doch hier so ein bisschen was abzeichnet oder nicht bin ich da blöd das sieht doch aus wie so ein alternativer Weg aber ich habe keine Ahnung hä bin ich so blind gerade bin ich so blind gerade es gehört schon fast verboten ich habe gerade echt keine Idee ich gucke mir die Items nochmal an die Karte es soll schon auf dieser ähm ja auf dieser Stufe sein der wir gerade sind aber hä? ich habe echt keine Ahnung hä? wo geht es da lang? ist hier vielleicht irgendwas am Propeller? Irgendwas am Propeller was komisch ist jetzt hör auf hier aber hier ist auch kein also es ist doch da unten ich habe doch da gerade was gesehen Moment da ist doch alternativ irgendwas drunter ich kann vielleicht ein Mokorus hier irgendwas machen also da ist noch irgendwie eine Tür drunter wir haben ja noch einen kleinen Schlüssel und anscheinend kommen wir da irgendwie hin Mokorus kannst du irgendwas da in der Mitte vielleicht machen? hier vielleicht? ne ich guck gerade alternativ ob hier irgendwo ein freies Loch ist aber dem ist nicht so verdammt hä? hä? wo soll hier was sein? well ich muss doch irgendwo irgendwo können wir da mit Link irgendwie so ein Loch reinschlagen durch seine Eisenstiefel oder so Link kann ja sowas habe ich gehört der ist ja ein starker Junge aber ne in der Mitte vielleicht aber da glaube ich auch eher nicht dran ne ne durch so ein Gitter vielleicht guck da da unten ist noch der Weg Leute ich will das hier nicht in die Länge ziehen deshalb sag ich hier noch einmal an der Stelle wir sehen uns gleich und ich guck hier mal ein bisschen rum was zu tun ist bis gleich Freunde huiii